so hallo und willkommen bei einer nächsten runde overwatch wir werden unser viertes einstufungsmatch machen hoffen dass das alles einigermaßen gut geht und wenn wir auch gott wenn wir überhaupt erst mal eine gruppe finden relativ schnell ich hatte glaube ich im letzten oder vorletzten video schon erwähnt dass ich mir neue sachen dazu gelegt habe sprich also das mischpulten euch mikrofon etc wenn es sachen noch bei dem ton gibt die euch stören die euch auffallen die mir nicht aufgefallen sind geht mir bitte bescheid ich werde schleunig zu sehen dass das ganze korrigiert wird das mit dem mischpult ist in der tat sehr gewöhnungsbedürftig ich habe bisher noch nie mit einem gearbeitet da muss man sich glaube ich erst ein bisschen durchfinden bis man da so ein bisschen den clou raus hat aber ich denke mal das sollte schon irgendwie funktionieren so zumindest meine hoffnung geschätzte wartezeit 47 sekunden verstrichene zeit eine minute ich weiß jetzt bei wog mit den innis die man gut weiß nicht wie es mittlerweile ist habe lange selber nicht mehr gezockt aber auch da so übungsgedicht ein schiff nur so ein bisschen zu da habe ich am anfang zumindest teilweise auch echt viel gespielt kam mit der eigentlich auch immer ganz gut zurecht ich weiß nicht irgendwie ist es hat sich das mit der zeit so einfach erledigt ich bin einfach glaubt nicht der sniper typ ich finde es per se zwar ziemlich geil kann es nur blöderweise nicht so gut und sich ein sniper charakter nehmen obwohl man nicht mal kann es so ein bisschen zumindest in ranglisten spielen etwas überflüssig meiner meinung nach da sollte man das lieber den leuten überlassen die das auch so ein bisschen können ich werde hier doch jemanden ich werde hier doch jemanden ich werde hier doch jemanden na komm lass wir uns mal mitnehmen unum gegenwärme ach der ist schon tot ja guck mal diese langweiler hm 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 geil wir haben hier gleich unser übungsmatch voll warum ist es dann noch ein übungsmatch hydro jetzt habe ich gerade gemerkt da wer rugt da gerade bisschen hm 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 die frage ist nur woran es liegt ähm klick klick ja die verteidigungstellung ť Nehmen wir doch wieder unsere kleine Verteidigungspassion. Soldier war eh schon weg. Junkrat. Hm, okay, jetzt auch. Hm, okay, Lucio könnte ich noch spielen. Mal gucken, was die anderen sich so nehmen. Vielleicht switch ich. Äh, da, switche ich noch um. So. Hm, die anderen spielen wahrscheinlich gar nichts. Okay. Dafür. Schild aktiviert. Ich glaube, wir sind schon nie gestartet. Das ist ein neues Map. Oder sagen wir mal so, zumindest einen, den ich noch nicht kenne. Und davon gab es bisher nicht wirklich viel. Ah, okay. Klar, folgen wir den gelben Stein weg. Schon logisch. Wof kommen die denn raus? Ja, ich muss jetzt einfach mal so neugierig sein. Ah ja, okay. Wir werden jetzt bestimmt auch noch andere Wege suchen können. Ah ja. Und dann werde ich mich wahrscheinlich töten, weil ich so weit vorne bin. Zumal ich mich eigentlich gerne auch mal wieder auflege. Die haben manchmal schon so weit vorne stehen. Oh, fühlt sich jetzt. Ah. Mal schauen, wie ich jetzt hier in der Nummer bin. Das könnte der Grund sein, weshalb ich hier nicht mehr gesehen habe. Außer, als ich tot gemacht wurde. Ja, es wurde tot gemacht. Ganz recht. Hm, hm. Was? Die sind schon einig? Oh, nein. Wir müssen diesen Punkt halten. Sehr viel Summerset euch. Kartoffel. So, wo kommen sie jetzt her? Oh, nein. Ach so, dass ich den Trepp nicht kenne. Mal hinter mir. Das war ja so logisch. So logisch, so logisch. Oh, okay. Oh, okay. Das war eine Kasse, die Stille. Das war eine halbe Sekunde lang ein Fallerpasser-O-Tage, Scheiße. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Sie dürfen den Punkten wieder einnehmen. Ich hätte schon beinahe einen Näbel gesagt. Sie dürfen ihn nicht einnehmen. Ja, ja, macht euch nichts draus. Ich darf euch da heute. Schon lange arbeiten. Und bin ein bisschen verpeilt. Was ist denn so? Wuhu! 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 Wuh Truch schon fertig gesagt. Wuhu! 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 Da wird schön bezieht ich euch! Zeit für den Zeitenkwarm S直! Ah, gut, gut! Nein, nein, nein! Wieso? Wieso? Man schafft das immer, diesen blöden Punkt minutenlang zu verteidigen. Okay, jetzt haben wir gerade wieder kurz. Nein, natürlich nicht. Man schafft das immer, diesen blöden Punkt minutenlang zu verteidigen. Und dann auf den letzten Drücker. Oh, die sich da. Das ist doch zu Mäuse wegen. Ah, da kommt man natürlich nicht so. Ah ja. Wie ist denn hier? Wie ist denn hier? Nein. Ah, die sind gerade jetzt. Oh. Oh. Danke. Was von? Hat er jetzt hochkommt? So viele Karten? Hat er geworben? Ja, da waren noch welche in der Luft. Natürlich, da waren noch welche in der Luft. Wie ist denn da? Wie ist denn hier? Wie ist denn hier? Wie ist denn hier? Wie ist denn hier? Ich bin hier. Ich bin hier. Wo ist denn hier? Was ist denn hier? Wie ist denn hier? Je kann hier. Ich bin hier. Hallo, Typ. Was ist dieser hier? Ein electoral. Nur werfen wir uns nicht schnell. Was ist die Fördung? Bei mir. Da kommt sie los. Aiaa, der ist war knapp. Komm schon. dann laufen wir doch noch mal von vorne sehen wir auch ein bisschen mehr von der map hier und die map ist eigentlich ganz geil sieht auf jeden fall mal geil aus ich bin ich gut gemacht Wir haben Sinn, Wege sind, Gänge sind, etc. Aber das wird nicht die ganze Sache. 1, 2. Wo sind wir denn? Wo müssen wir denn? Dahin müssen wir. So. Oh, was ist da unser? Noch 30 Sekunden. Hinter dir. Stirn, stirn. Naja, stirp, 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 stirp. Aber ja. Noch ein 7. Haltet Sie nur ein bisschen länger hin. Das Licht stimmt. Wir machen es nicht so. Es war so klar. Seid die Atmen ist hier. Oh. Wo sind denn alle anderen? Ich weiß, es wäre nicht der Test schon so nahe dran zu gehen. Weil der eigentlich stationär irgendwo safe stehen sollte. Aber da, ne. Die ganze Sache ist immer noch viel zu einfach. Die werden sich natürlich nicht fallen, die so wie die hier gerade vorfällt. Ich will sie liegen spät. Hm. Jetzt wird's massiv. So. Jetzt ist kein Ohr. Das war aber sehr gut. Ich will die nicht mehr stehen und die noch länger. Durchschreitet. Wie Iis. Alter, das gibt's doch auch. Sie verschwinde. Befehlern dort aus. Verstrahle die heilende Ruhe. Komm schon, komm schon, komm schon. Schade, schade, aber schöne Runde. Hinterkarten, sehr schön. Muss man lassen. Hängen wir die nächste Runde noch hinten dran? Einer ist nicht, da hängen wir so dran. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Bleiben wir doch direkt hier dabei. Ja, der Soldier ist schon weg, komm schon. Hm, Junkrat ist auch weg. Na, klasse. Das wird nicht gut enden hier. Lucia ist auch weg. Oh, ist der Soldier kapiert? Nein, ist es nicht. Hm. Okay, Tank haben wir, Lucia ist weg, Heal haben wir, den haben wir. Tracer, soll ich erstmal mit Tracer spielen? Ich kann Tracer nicht spielen. Okay, wir versuchen mal färre. Wenn das mich so wirklich hinhaut, gehen wir zur Tracer. Mach mal hin, Leute. Ich beschütze die Unschuldigen. Grüße. Mal schauen, wie das hier jetzt so funzt. Funktion schnackelt, möchte man mal ein. Hat leicht hier. Hm. Jetzt müssen wir schauen. Alle Systeme okay. Bereit für den Kampfeinsatz. Boing. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Worauf warten wir noch? Hat der einfach auf mich geschießt? Mann, die haben hier echt ganz schön gewürtet, weil eben da runter wieder das aussieht, ne? Schauen wir doch mal, wie er zählen wird. Boah. Sauber. Oh. 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 Genau so sieht das aus. Hm. Idiot. So. Wollen wir hier sonst was verlangen können? Hm. Nicht was einbringen. Wow. Genau das hat er jetzt gebraucht. Hm. Hm. Ja. Ja. Toll. Ich hab das schon da hoch voll übersehen. 10 Minuten. Ja, ich bin aber ähm, etwas niedrig. Niedrig. Noch niedrig. Noch niedrig. Noch niedrig. Niedrig. Ist das ein Wort? Bestimmt. Nein. Jetzt gibt's was auf dem Ohr. Und man ist irgendeiner Weise irgendwo drin gekommen. Hier, woher. Jo. Sehr gut da hier. Wow. Uiuiuiuiuiui. Jetzt wird's los. Okay. Scheiße. Aber ganz ehrlich. Ah, danke. Das ist auch wieder frei. Ne. Oh. 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 Schöne. Wenn man das überhaupt gehabt hat. Doop- addeduuuup. Zack. Ein bisschen rumgesprüht. 功夫. Wausichtig Ernährung, verkehr! Uhr. Es war alles gut. Auf, es ist alles. Alles für mich. Ja? Wo kommen die denn jetzt her? Ah, die Kamera runtergekommen ist doch Das gibt es nicht Ich hab schon ganz andere Sachen überlegt Irgendwie müssen wir doch hier vorne wegkommen Jetzt haben wir noch einen Schoen und den Schoen Ich glaube schon, wir haben noch einen Schoen Ah, die Ulti ist ready Wir wollen auch schauen, dass er so gut ist Nein Ja, immerhin zwei Stück. Sehr schön. Auf jeden Fall schon was wir haben. Wir brauchen geschützt, wir müssen hier vorwärts. Ah, heute ist der Tod noch frei. Heute ist es entfällt alles am Tag. Kommt schon los mit den Blinden. 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 Ah, leider. Abgeschossen. Wir kommen verloren. Sehr schön. Irgendwie Zeitrunde immer wieder. Schnell ab, wobei jetzt erst. So habe ich das Gefühl. Aber, dann sind wir hier mit auch schon am Ende des Videos. Hm. War mehr oder weniger ein schönes Match. Hätte definitiv besser laufen können. Ist jetzt schon mal das dritte Verlorene. Auch da gibt es da. Weil wir eigentlich nicht mehr für die Ranglössenspiele. Ähm. Wir haben irgendwie gefühlt. Und auch mal ein Ranglössenspiele. Und wir sind gerade gut vorbei. Und wir haben. Aber gut. Das wird sich erst mit dem nächsten Match zeigen. Ich hoffe da seid ihr auch wieder dabei. Mir hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Uuuuund. Bis zum nächsten Mal würde ich doch sagen. Tschuuuuss. Tsch shall. Gib. istani Pfehl. Schnell. Schnell,ьют. Schnell, drниц. Untertitelung des ZDF, 2020